So, die Bärenmenschen haben geblutet. Wir brauchen mehr Verstärkung. Ich bin bereits die Tausendstände vorauszugeben. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich hab getan, was ihr wolltet. Oh, ein paar Leute haben sich festgepackt. Eine eurer Helden wird angegriffen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Seht nur. Es klarrt auf und wird wieder warm. Warte, die Kanone weg. Lasst es giftige Pfeile regnen. Null. Wäre besser in Teilen wirklich deutlich teurer. Okay. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir fallen, wenn zuerst. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Aufgefrischt, der Rest ist im Endeffekt Kanonenfutter ein bisschen was anderes entscheiden. Fertig, Meister. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Dann konzentriere dich halt nicht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Und euch zusammen ist das Armee 2. Armee 1. Mit euch 3 noch dazu ist das immer noch Armee 1. Oh, Karl, er liegt da. Hebt sie mal wieder auf. So, weiter. Wir müssen auch auf, wenn der Regen vorbei ist, bevor wir den nächsten Angriff fahren. disappointing. Der Regen vorbei. Der Regen vorbei. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Lauft weg, wenn ihr könnt. Quain. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das weg. Carla, rüber. 1, 2 hinterher. Und da kann die Schlacht beginnen. Carla weicht sie auf. Nur Mut. Wir werden siegen. Schlachtet sie ab. Ach, die Schadflöße sind weg. Wird gemacht. Natürlich. Okay. Gut, von hier aus. Kommen feindliche Truppen. In einem Maße, das mir nicht gefällt. Du. Also ich möchte genau, dass Armee 1 zieht. Armee 1 bis hier ein Todesangriff durchführt. Genauso wie Armee 2. Angriff. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und da kommen die Verstärkungsgruppen scheinbar. Fühlt sich als... Warte, stecken wir Carla los. Besteht wieder. Ich will euch drehen. Okay. Ich tue. Wir wollen nicht wieder von zwei Seiten angegriffen werden. Okay. Okay. Nur bei dir sein. Feinde haben einen Helm attackiert. Jawohl. Ich tue. Ich tue nicht in den ganzen Rest. Hex, Hex. Wenn es sein muss. André! Ein bisschen weiter weglocken. Jawohl. Wenn es sein muss. Jawohl. Natürlich. Jawohl. Okay. Okay. Wird gemacht. Ich tue es. Ja. Ja. Feindliche Angriff. Ja. Ihr werdet angegriffen. Es sieht aus wie Konfetti. Es ist Zeit. Auf die Schafschatzen. Von hierher zu der Brücke kommt der Feindliche an. Die ganze Zeit jetzt. Es sieht aus wie Konfetti. Den schlagen wir zurück und dann greifen wir von dieser Seite aus dieser Burg hier an. Kala, vorwärts. Wird gemacht. Ja, wird gemacht. Nichts werden. Gerne. Nur weil ihr es seid. Gerne. Ich tue es. Oh nein. Ihr seid auch feindlich sind. Sie greifen an. Nein. Okay. Ja. Gerne. Attacke. Wenn es sein muss. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja. Jawohl. Okay. Ja. Auf die Garnison. Da drauf. Ich tue es. Wenn es sein muss. Feinde greifen euch an. Ich kämpfe euch hier durch. Viel Spaß einfach. Leert sie das Fürchten. Die Befassungsanlagen wirken soweit sehr beseitigt. Gruppe Null. Nachrichten. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Es ist Zahltag. Vorherz. Wir greifen euch an. Die Basis wird einfach ausgeräumt. Jetzt setzen wir da ein paar Versteppensphasen hier hin. Wir sorgen dafür, dass hier nichts mehr übrig bleibt. Was in den Rücken schießen könnte. Ich weiß es, als ob ein Steinbruch da wäre. Das wäre schön. Ich brauche mehr Manna. Ich tue es. Dann rüber mit euch. Hier, was haben wir noch gar nicht komplett ausgeräumt. Gut, die Burg steht nicht mehr, aber... Wir müssen nicht dazu kommen, den Rest zu geben. Wir stecken die Verstärkung, die wir bekommen haben. Die werden das machen. So, ihr folgt Kala mal. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Attacke! Nichts lieber als das. Natürlich. Nein, das ist die Dukle Rühne. Die Bärenmenschen nehmen mehr Schaden als die Speerwerfer. Gut gemacht. Das müssen daher mehr aufgefrischt werden. Ich tue es. Der Hustenreiz bringt mich eines Tages um. Ja, wird gemacht. Ihr hört es nicht, weil ich immer sehr gewieft bin und mich voll mute, aber ich... Ich verliere alle vier Sekunden meine Lunge. Fertig. Und dann... Dann haben wir den Alten über das Morgen gehauen. Und der... Aber ich muss zugeben, die Aufnahme ist gerade eine der wenigen Sachen, die mich noch bei vollem Verstand halten. Jawohl. Wird gemacht. Ergreift sie. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weiter. Wie? Er ist... Oh. Er kann auch bis hierhin kommen. Das Steinbeckwerk wollen wir haben. Wird erledigt. Was tut ihr da? Sammelt euch wieder hier. Mit zwei ist mit ihrem Job hier fertig und kann sich jetzt wieder mit dem Rest der Armee sammeln. Passt eine Sekunde nicht auf und schon bringen sie sich wieder selbst um. Ich lege meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir müssen echt über eure suizidalen Tendenzen reden. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja. Natürlich. Ich brauche mehr Manna. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr seid entlassen. Da wird kein Angriff mehr kommen an diesem Punkt. Ihr werdet angegriffen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Ungeschubse? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, direkt zum Gegengang rüber gehen. Ich tue es. Giftsfeld vom Himmel. Ich tue es. Ja. Ah, der Winter kommt. Unsere Verbindeten werden jetzt auch Spaß haben. Wir haben keinen Platz zum Nächtigen. Der Winter kommt. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstirbt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser... So, jetzt kommen die mir auch hier rüber und wollen auch mitspielen. Und habe Holz gefällt. Es ist Zahltag. Lasst es giftige Pfeile regnen. Krieg ich an, Carla. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feierab. Ihr tut das nicht. Ihr werdet angegriffen. Eins, zwei, drei. Wird gemacht. So, ihr bewerft mich jetzt ein bisschen mit Stein. Ihr hältst nicht. Hex, Hex. Oh, guck mal, da ist ein Kanon-Turm. Wäre eine Schande, wenn jemand seine Verbündeten missbrauchen würde, um kurz mal ein Kanon-Turm überrennen zu gehen. Ohne dabei eigene Verluste hinnehmen zu müssen. Ohne dabei eigene Verluste hinnehmen zu müssen. Gut, hier. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elf. Immer am Limit. Dort oben im Baum. Weil wir schon eine Verstärkung gekriegt haben, nicht wahr? Der Esel entlassen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr werdet angegriffen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden bezahlt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Okay, wir haben das für uns aufgeräumt. Das ist sehr nett. Ja, komm. Kommt zur Verstärkung. Wir haben hier zwei. Wir haben hier eins. Wir haben hier eins. Jawohl. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Jetzt wissen wir, dass von diesen beiden Basen nichts mehr übrig ist. Wir haben 50.000 Steine. Gruppe 9. Ihr habt eine Aufgabe. Errichtet es hier. Sie schadern. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dazu habe ich jetzt sogar... ...dass ich mir gedacht. ...tief ein. Gibt es tief. Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Carla. Haben wir eins zurück. Haben wir zwei zurück. Carla. Umschluss weiter auf sich. Ich hätte ganz vergessen, dass wir die noch nicht ausgradiert hatten. Ein Fehler. War dumm. Nun war ihr zwei. Nur weil ihr zwei.